Also Menschen so, fuck, ne egal, fruff. Wieso ich bin für Deutschland? Also Tilkai, also auch geil, ne? Ich hoffe, ich gewinne natürlich auch. Aber noch geiler würde ich natürlich finden, wenn Deutschland gewinnt. Ich bin nun mal mehr deutscher als türkisch. Daran wird sich auch nichts ändern. Es tut mir sehr leid. Nur weil ich einen türkischen Namen habe, ich bin halt halb türkisch und halb deutsch. Ich bin halt für beide. Winter. Winter. Spannungsgeladene Ha! Fuck, ist das heiß, ey! Wir sind jetzt in Deutschland Wir sind in Deutschland Wir sind in Deutschland Eigentlich wollte ich, dass diese hier... ... Spannungsgelade Spannungsgelade Untertitelung des ZDF, 2020 Egal, wir machen jetzt erstmal die restlichen Haare und dann schauen wir mal, wie das hier oben wird. Das muss sich halt erstmal ein bisschen aussehen, glaube ich. Ich will halt, dass das halt wieder so ist. Genau. Egal, wir machen jetzt mal weiter. Wir können auch die Lippen und die Lippen, die Lippen, die Lippen und die Lippen oder die Lippen werden. Wieso ist Pony stylen so schwer? Ja, ich bin live! 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 Besser! Das hängt sich gleich. Das letzte Mal hat es auch kurz gedauert. Aber ich bin zu ungeduldig und denke, das ist dann scheiße. Das Ding ist, gestern ist es so schräg gegangen und ich kriege das nicht hin. Ich muss noch mal auf die Video gucken. Ich bin live! Egal, wir gucken gleich mal. Ich muss an meinem Kopf überfüllen. Anderen Aufsatz. Ich bin live! Ich bin live! Ich bin live!